Willkommen zurück zur Space Station Silicon Valley! Die kurze Aktion werden ist verfügbar. Mal schauen, wie gut wir uns anstellen. Ah, ich sehe noch einen Teil deines Schutzmantels. Es ist dein Kopf! Die Pinguine haben daraus einen Pokal gemacht. Du solltest also besser gewinnen. So hätten wir wohl. Der Name Wahlrennen64 ist natürlich eine offizielle und sehr offensichtliche Referenz auf Waverace64. Willkommen bei Wahlrennen64. Drei Wahlrennen-Resser-Rennen über drei Runden gegen die Wette. Und was für ein toller Pokal! Oh, wie er glänzt! Ja, wie man sieht, für dieses Level hier hat man extra noch mal andere Pinguin-Sprites gemacht, damit man mehr davon hinstellen kann, schätze ich. Das sind einfach nur Pyramiden. Außerdem, das hier sind Booster. Können wir ja hier schon mal quasi feststellen. Aber vor allen Dingen wollen wir mal an die Startlinie fahren. Wo ist sie denn? Da! Da ist die Startlinie. Da sind die anderen Wahlrasser. Will schauen wir mal, dass wir uns einen kleinen Vorteil verschaffen. Jo. Zwo. Eins. Und die blöden anderen Wahlrasser machen einfach einen Start, bevor wir überhaupt reagieren können. Ja, die ganze Geschichte hier ist nicht hundertprozentig einfach. Wir haben Raketen, die wir theoretisch nutzen können. Aber ja, halt auch nur... Theoretisch. Unsere Steuerung in dem Mode hier ist ein bisschen angenehmer, als man glauben mag. Das Handling ist eigentlich sogar ganz gut. Trotz allem ist das sehr gewöhnungsbedürftig hier. Und die Gegner können einem halt die Booster wegklauen. Ganz lustig finde ich vor allen Dingen, dass wir unten keine Anzeige haben von unserem aktuellen Boost. Trotzdem können wir den Boost halt einsetzen. Zwar rücken noch. Was das Ganze hier nur bedingt einfacher macht. Ist auch nicht ganz einfach auf die Booster zu zielen. Weil, auch wenn unser Handling ganz gut ist, ist es immer noch ziemlich jank alles. Ja. Man muss die Strecke erstmal wieder ganz gut kennen. Und an manchen Stellen sind die Booster halt auch irgendwie kontraproduziv, weil sie einen absolut aus der Kurve raushauen. Momentan sieht es aber so aus, als ob wir die anderen ganz gut abgehängt hätten. Ja, nehmen wir uns mal hier ein bisschen Boost. Sieht gut aus. Hier die ganz enge Kurve. Wunderbar. Da vorne der Booster, der haut einen ja eh nur in die Wand rein. Wunderbar. Letzte Runde. Da oben die Schilder wollen uns irgendwas sagen. Aber wer weiß was. Das da hängen bleiben war natürlich nicht so gut. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Oh, das sah schön aus. Ah, den hätte ich gerne gekriegt. Haben wir aber nicht. Ist vielleicht auch besser gewesen, weil so können wir die Kurve hier ordentlich nehmen. Den hätte ich aber gerne. Ja. Da kommen wir nämlich ordentlich schneller voran mit. Das war nicht so gut. Passt hoffentlich. Okay. Hi. Wir haben den Booster dann mal in einer sinnvollen Art genommen. Das ist mir auch noch nie passiert. Und... Geschafft. Du bist... Der Sieger. Die Pyramiden-Pinguine sind nun unsere Fans. Hier ist der Pokal. Das sieht nicht so ganz aus wie unser Kopf. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Pokal-Pokal. Nicht unser Kopf. Und... Hier ist die Bestzeit. Und die einzige Zeit vor allen Dingen. Teleporte aktiv. Wunderbar. Wir haben die Trophäe erhalten. Na? Seid ihr neidisch? Seid ihr neidisch? Seid ihr neidisch? Seid ihr neidisch? Weil wenn man unser Walros anguckt und deren Walros anguckt, die Raketen sind eigentlich überhaupt nicht angezeigt. Und wir können die auch nicht töten wie man sieht. Ansonsten wären die halt durch die Raketen schon krepiert. Wie gesagt, die Anzeige ist nicht da. Die Raketen tauchen nicht auf. Die Raketen machen keinen Schaden. Das ist alles ein bisschen weird. Das Rennen macht auch so ein bisschen den Eindruck, als sollte man hier noch nicht mal diesen A-Antrieb wirklich benutzen können. Aber man kann es trotzdem. Obwohl die Anzeige nicht da ist. Ja. Party der 3D-Pinguine. Äh, 3D. Ja, 3D sind sie auch. Aber die Party der dreieckigen Pinguine. Jo. Wir haben den Pokal. Also. Auf ins Ziel. Du 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 du. Das verdient dann. Das verdient. Ach, nur weil wir mal in einer halbwegs schnellen Geschwindigkeit hier geschafft haben. So. Ich habe zwar in dem Pokal kaum unseren Kopf gesehen, auch wenn es angeblich unser Kopf sein sollte. Aber wir sehen, wir haben jetzt ein zweites Teil von unserem Raumanzug und der Stationsrekord ist jetzt 1,35. Eine weitere Welt ist abgeschlossen. Damit haben wir nun komplett die Europa-Welt hinter uns. Oder Euro-Eden, wie man auch immer das nun wirklich nennen will. Scheinbar haben verschiedene Übersetzungen verschieden übersetzt. Davon ab haben wir Schneespiele, eiskaltes Köpfchen, Pinguingehege, Pinball-Blizzard, Hoppelnder Chopper, ganz schön fischig und Wahlrennen64 gerettet, um nun zum Dschungelfieber zu kommen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder, wenn wir neue Tiere und neue Welten zu Gesicht bekommen werden. Bis dahin. See ya. See ya. Bis dahin.